Hallo Leute und willkommen zurück zum Toilettenmanagement Simulator. Huch! Da komme ich hier schon wieder... So, warte, warte, einmal aus der Ausnahme raus. So, ähm, ja, ich bin immer noch hin und weg von Madison. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll, wie es mir geschieht. Oh, ich habe den Gesichter aufgelassen. Cola, Cola, Cola. Und zurück zur Arbeit. Ja, ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht jede Nacht eins von diesen Tanzmädchen da haben, aber ich fürchte, wir kommen da nicht drum rum. Das Problem ist, ich kann das auch nicht skippen. Ich werde mal, also so direkt skippen kann ich nicht. Habe ich ausprobiert, alles mögliche. Ich kann Kaffee machen, sonst was, das juckt sie alles nicht. Vielleicht versuche ich mal duschen zu gehen. Ich weiß nicht, ob das dann klappt. Oh, hier liegen wieder Penunze um Penunze. Gucken wir direkt mal, wie die Toiletten hier aussehen. Vor allem die Barschbecken, ob wir hier wieder... Ja, hier müssen wir wieder wen rufen. Schnell, schnell, damit er hoffentlich noch kommt, bevor hier alle Gäste wegbleiben. Alle Kunden. Aber 120 Euro, wir könnten uns ein Waschbecken kaufen. Hätte ich das ja glatt gar nicht reparieren wollen, hätte ich einfach ein neues gekauft. Können wir das noch verkaufen? Kriegen wir das gleiche Geld, wenn die kaputt sind? Weiß ich gar nicht. Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Wie sieht sie aus mit Raumduft? Da sehe ich doch grün leuchten hier. Machen wir auch gleich mal hier, damit es hier auch wieder schön riecht. Hier können wir aufmachen. Hier werdet ihr wenigstens benutzt. So, junger Mann, danke schön fürs Kommen. Da kommt schon wer. So, dann lassen wir doch das Geld direkt mal für ein Waschbecken da, damit wir bloß nicht auf dumme Ideen kommen, um uns später ein Tanzmädchen zu kaufen. Oder den Tanz der Tanzmädchen zu kaufen. Eines der. Wir könnten eigentlich auch mal andere Fliesen nehmen, ne? Ah, jetzt nicht. Jetzt will ich ein Waschbecken. Das bauen wir dann später mal ein. Gibt es in diesem Laden Musik? Habe ich das gerade richtig gehört? Ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Oder ich habe es wieder vergessen. Kann auch sein. Ach so, wir könnten hier mal wieder alles auf illegal stellen, ne? Okay, das ist fertig. Ist doch alles rot jetzt, ja. Und hier bauen wir auch den Umweg wieder ein. Um den Zähler drumherum. Super. Sehr schön. Dankeschön. Freuen wir uns. Bezahlen wir weniger hoffentlich, wenn dann die Rechnung wieder kommt. Und das Waschbecken steht hier schon wie geliefert. Da laufen dort die Kunden gleich alle durch. So, hier ist alles schick. Hier ist auch alles schick. Ach, ja. Ja, weiß ich auch nicht, was wir da machen sollen. Da kommen doch jetzt wieder wenig Kunden, ne? Weniger. Und die App wird immer noch kacke sein und uns anzeigen, dass da vier waren oder sowas, ne? Null Kunden gestern. Ist ja auch nicht wahr. Da liegt ja Geld rum ohne Ende, wenn ich komme. Ich würde ja sagen, ich skippe nochmal diesen Tag auch. Damit wir morgen nur das Geld einsammeln können. Aber ich muss ja das Waschbecken einsammeln, äh, einsammeln, einbauen. Und dafür müsste ich ja ein anderes ausbauen. Und wenn ich das tue, dann kommen die Leute nicht mehr, die hier hingehen wollen würden. Deswegen kommt vor mir das eins. War das jetzt Dreck oder ist das wieder Duft? Duft, Duft, Duft. Schauen wir doch mal nach dem Duft. Ja, Duft sehe ich. Das teilen wir hier direkt. Damit ihr gleich nicht meckern könnt. Ich beeile mich schon. So, hier vorne auch noch. Ich will das nicht hören hier von wegen, hier würden mehr Leute kommen, wenn wegen Raum verfüben und so. Einmal überall verteilt. Danke, danke, danke. Nehmen wir alles mit. Hier hatte ich irgendwas am Augenblick gesehen. So, 15 Euro. Läuft. Das schöne Waschbeck steht da schon. Huch, Entschuldigung. Bitte kommen Sie ruhig erst rein. Beachten Sie mich gar nicht. Die Reinigungsfrau lassen wir heute mal weg. Achten wir mal lieber wieder auf jeden Euro. Ihr seid auch schon alle on the way. Ich würde sagen, ganz am Ende, kurz bevor Ju kommt, könnten wir, der geht nämlich immer nach hinten, da mussten wir nach ihm morgens spülen, das linke hier einfach mal schon mal ersetzen. Aber noch gehen da ja Leute hin. Es fehlt mir so ein bisschen jetzt für diese Zeit, dass man sozusagen die Game Time vorspulen lassen kann oder schneller doppelt so schnell laufen lassen kann. Gibt es ja in manchen Spielen so Zeit vorspulen oder Tag schneller laufen lassen. Aber gibt es hier nicht. So, hier macht ihr alles schön, alles schön, alles schön. Und da auch alles schön, ja. Das ist doch toll. Guck mal, hier sammeln wir doch glatt wieder alles ein. Wie spät haben wir? 18.42 Uhr. Okay, dann dauert das ja nicht mehr lange. Ich glaube, nach dem Oper ist das so dann das Letzte, was hier läuft. Einmal kommt dann abends noch der eine her mit der blauhaarigen Frau. Dankeschön. Bis morgen. So. Was ist hier jetzt los? Ihr seid aber auch alle lahmarschig, ne? Dann wird es nämlich gleich dunkel. Wird es schon dunkel? Sieht offensichtlich so aus. Da kommt schon mal die blauhaarige und da kommt auch der Typ hier mit dem Hemd, ne? Der, genau, der kommt doch auch noch. Danke euch, danke euch. Vielen Dank. Dankeschön. Bis morgen. Haut da rein. Ich weiß jetzt nicht, wo der Hemdmensch hinläuft. Zu welchem Flo. Aber danach tauschen wir das mal aus. So, sie geht hier nach drüben. Genau, genau. Geht er nach hinten? Ja, er geht nach hinten, ne? Da sind hier die Letzten. Dann können wir ja. Gelatt mal. So, kommen sie zu. Na gut. Das bauen wir aus. Ritscheratsch. Komfort minus eins. Das stört mir jetzt nicht so sehr. Versteigern. So, und das hier kommt da hin. Komfort plus acht. Traumhaft. Guck mal, er hat uns auch trotzdem das Geld da gelassen. Also eine Sorge weniger. Also Komfort plus acht macht auf jeden Fall schon mal eine Menge aus, würde ich sagen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wie sieht es denn hier aus? 94. Kann sein, dass wir vielleicht, wenn wir irgendwie über 100 kommen, dass das dann nochmal so ein Schwellwert ist. So, heute kommt nur noch Ju. Wir gehen schon mal schlafen. Dann geht das ein bisschen flotter. Dann können wir uns morgen hoffentlich nochmal specken. Wir kaufen uns jetzt kein Tanzmedien. Ich will jetzt erst die Waschbecken. Das mit den Tanzmedien hat mich, glaube ich, erstmal lange geschockt. Aber ich weiß, wir kommen da nicht drum rum. Jedenfalls nicht, wenn wir unser Traumziel Urlaub erreichen wollen. So. Artikel wurde verkauft. Für 30 Euro. Das finde ich gut. Das heißt, wir kriegen tatsächlich für das Waschbecken 30 Euro zurück. Wie, als wenn wir es gar nicht gekauft hätten. Also sozusagen den Neupreis. So. 105 Euro haben wir. Das ist ja, können wir ja glatt schon gleich. Ich würde ja sagen, wir können den Tag fast überspringen. Vielleicht kaufen wir uns mal die Reinigungsdame kurz. Beschäftigung. Und dann gehen wir direkt wieder schlafen. Wir wischen einmal durch hier. Und gucken wir mal, ob Raumspray sprühen müssen. Würde ich sagen. Komm mal, Ju. Ju nehmen wir auch noch hier mit. So. Hier muss doch irgendwo, genau, hier sind doch die Kacke Spuren. Das weiß ich doch. Oh nein, ich sehe schon diese Pfütze da rechts oben. Da ist doch schon wieder was kaputt. Da müssen wir doch direkt schon wieder den rufen. Ist das nur einer oder ist das, scheinbar ist das nur das eine. Okay. So. Ja, dann haben wir doch da schon wieder einen großen Kundenkreis nicht mehr erschlossen. So zu sagen. Das sieht ja alles in Ordnung aus. Ich würde sagen, das läuft hier alles so. Wir gehen mal schnell wieder schlafen. Dann ist das Elend schneller vorbei. Und wir skippen hier mal so ein bisschen. Dann geht es ein bisschen voran. Kommt vor minus eins, ja. Jetzt kommt der Raumluft, hm? Natürlich. So. Das tun wir uns doch nicht an. So geht das viel schneller. Ihr wisst es. So. Diese Nachtruhe. Keine Tanzmädchen. Kein Stress. So. Geld aus Werbung. So, so, so. In einer Sekunde fertig geduscht. Gönnen wir uns wieder eine Cola. Sammeln mal schnell das Geld ein. Und dann heute Abend, wenn wir zurückgehen, kaufen wir nochmal irgendwie, gut, falsche Richtung, zwei, ja, zwei Cola und eine Sprite oder was auch immer das sein soll. Anderes Getränk. Wie man es trinkt, sieht es auch bräunlich aus, also. So, machen wir als erstes mal hier Raubenduft, weil da haben sie ja schon wieder gemeckert. Die waren noch nicht mal da, aber haben schon gemeckert. Das reicht doch wieder nicht hier mit diesem. Ne, das habe ich gesehen. Machen wir aber hier überall erst mal. Oh doch, hat das hier noch gereicht? Wie kann das denn passiert sein? Da stand nämlich gar nicht bloß ein Komfort. So, und da drüben noch. Ja, das war doch schon wieder Fail, weil wir zu früh angefangen haben. Dann kommt doch der Kreis nicht, dann reicht es nicht. Okay, hier müssen wir noch wischen, sieht man. Und Raumparfüm können wir auch mal wieder kaufen. So, wischi, wisch, wisch. Dann sammeln wir gleich das Geld mal da ein. Hier haben wir ein schönes Waschbecken, sehe ich schon. Und da kaufen wir heute Abend doch noch einen Raum. Ist es hier so, leuchtet es hier so grün in den Spiegeln. Soll das uns sagen, dass hier Mief ist, oder warum? Ja, guck mal, das lohnt sich doch auf jeden Fall hier schon mal. Die haben wir jetzt hier ja gestapelt ohne Ende. 75 Euro haben wir hier scheinbar gestern verdient. Also 15 Kunden, okay. Wir kaufen hier schon mal das Waschbecken. Oder Wir machen das anders. Wir gehen jetzt schlafen. Dann haben wir heute hoffentlich ein paar mehr Kunden. Putzkraft, ach scheiße, die Putzkraft. Dann würde ich vielleicht sagen, kriegen wir morgen oder übermorgen das schon hin, dass wir die teure Tür kaufen. Dann haben wir eine Toilette komplett von vorne bis hinten, schon auf High-End. Jetzt haben wir doch nichts gekauft zum Essen. Aber egal, das machen wir morgen, wenn ich dran denke. So, schnell aufstehen. Oh. Oh, oh, oh. Wir haben die Polizei verpasst. Ja, okay. Dann haben wir das auch mal gesehen. Ist doch schön. Oder halt auch nicht so schön. Da sind nämlich meine ganzen Pläne schon wieder hinüber. Ist ja toll. Ja, muss ich dran denken. Dritter Tag, glaube ich, ne? Selber schuld. Kann man nicht anders sagen. Jetzt kann es auch auf illegal bleiben eigentlich, ne? Okay, das hat uns aber wirklich jetzt wieder weit zurückgeworfen. Na ja, egal. So, sind wir denn noch? Wir waren bei, was waren wir denn? 180, ne? Ja, da sind wir wirklich weit zurückgeworfen. 20 weniger als gestern. Dann würde ich aber trotzdem ganz gerne noch als nächstes diese Tür kaufen. Damit wir eins fertig haben. Das machen wir jetzt auch noch. So, wir machen hier noch. Wie sieht's aus? Raumspray rieche ich doch schon hier. Waschbecken alle noch heile. Das ist ja das Wichtigste. Raumspray. Dann gucken wir gleich nochmal nach Strom und Wasser. Dann kaufen wir uns nochmal hier ein, zwei Getränkchen. Jeweils zwei, um genau zu sein. Und dann schlafen wir schon wieder. Und dann machen wir das nochmal. Und dann können wir uns hoffentlich... Heute wird ja keine Polizei kommen und morgen auch nicht. Übermorgen eigentlich wieder. Wenn das alles so regulär läuft, wie ich das im Kopf habe. Das heißt, schlafen sollten wir nicht vor Mittag. Damit der Obdachlose uns Bescheid sagen kann. So, das machen wir jetzt so. Wir gehen jetzt hier einmal hin. Dann kaufen wir hier Getränke, Getränke, Getränke. Und Raumparfüm. Das brauchen wir nämlich auch wieder. Das brauchen wir nämlich jeden Tag. Huch. Vielleicht brauchen wir das irgendwann nicht mehr, wenn wir die schönen... Können wir hier einen neuen Werbevertrag machen? Ach so, die Rechnungen. Naja gut, die bezahlen wir schnell. Drei, das ist ja nicht viel. Dafür sparen wir da echt. Also eine Strafe sind 50 Euro. Wir mussten glaube ich einmal 26 pro bezahlen. Das heißt, da haben wir ungefähr ein Strafding auch schon wieder raus. Also könnte man fast schon rechnen, ob sich das lohnt. Wenn man sich da mal erwischen lässt, was wir da alles sparen. So, nach Hause bitte. Nach Hause, nach Hause. Brauchen die freundlichen Damen dann beim dritten Mal drei Sachen? Oder muss man dann zwei Getränke oder Essen oder whatever? Und einmal die Nacht verbringen? Das weiß ich nicht. Ich weiß schon mal gerade, ob es illegal ist. Ja, dann gehen wir doch schnell schlafen. Heute wird ja wohl nicht die Polizei kommen. Wir haben ja die Strafe gerade bezahlt. Denn doch rastig aus. Und morgen dürfte das ja genauso klappen. Ja, so, heute machen wir das nochmal so. Schlafen war gut. So. Da ist nicht mal wieder alles mit. Duschen. Essen. Natürlich. Und ab zur Arbeit. Fresh wie eh und je. Kohle einsammeln vom ganzen Tag. Okay. So, jetzt sind wir aber wieder hier auf dem richtigen Kurs. Würde ich mal sagen. Wie sieht es aus hier? Brauchen wir das gar nicht? Das ist ja verwunderlich. Das liegt am Waschbecken, ne? In dem einen schönen Waschbecken. Okay. So, das müsste auch noch ein Tag sein, wo die Polizei hoffentlich nicht kommt. Wir wischen hier mal eben den Fußboden und dann gehen wir direkt wieder schlafen. Und ich hoffe, dass es diesmal nicht so enden wird. Und dann gönnen wir uns hoffentlich, wenn alles klappt, morgen die wunderbare Tür leisten. Ja, das sieht gut aus. Tut mir leid, Leute, ich muss euch direkt wieder alle verlassen. Okay, ihr macht das alle. Ich hoffe, wir schaffen es 80, also 16 Kunden, 15 hatten wir, glaube ich, den einen Tag. Also vielleicht mit den 5 Euro aus Erwerbung kommen wir vielleicht gerade so hin. Das hoffe ich. Und dann bin ich echt gespannt, wie nämlich diese Tür aussieht. So. So, so, so. Schlaf, schlaf, schlaf. Jetzt steh auf, schnell. Ich bin doch ungeduldig und ganz gespannt. So. Ja, Werbung, das ist schon mal gut. Essen, ja, mache ich doch. So, trinken reicht auch. Für den ganzen Tag reicht. Wir sind ein wahres Energiebündel, das reicht. So. Und wenn das jetzt nicht reicht. Ja, Leute, wir können ja kommen, wenn wir Raumparfüm spülen. Ja, das weiß ich. Machen wir sofort als erstes. Heute kommt vielleicht die Polizei wieder, ne? Müssen wir mal wachsam bleiben. Und wenn, dann können wir ja auch erst heute Abend austauschen. Ja, das reicht. Super. So, Raumparfüm als allererstes. Ach, ja. Na, reicht es schon hier noch? Ja, ne? Aber fürs nächste dann nicht mehr, weil wir hier schon ein bisschen das ins Nichts verteilt hatten. Ja, hat nicht gereicht. Haben wir gesehen. Haben wir alle gesehen. Oh, da habe ich schon wieder verkackt. Einmal die Maus hast du losgelassen. Na gut, das letzte reicht ungefähr in 15 von 16 Fällen nicht. Oh, hier reicht es. Wow. Sehr cool. Naja. Ich wollte das da hinstellen, nicht sprühen. So, dann kaufen wir uns nochmal ganz kurz. Achso, ne. Wir wischen einmal. Und dann kaufen wir uns nochmal. Ich bin ungeduldig. Ihr merkt das. Die Tür. Und stellen die hier schon mal Spalier vorne ans Haus. Und warten wir darauf, dass wir die hier austauschen können. Oh, noch mehr. Waren da zwei übereinander? So. Bling, bling, bling. Hier ist auch noch. Achso, ich habe gar nicht darauf geachtet, ob die Waschbecken alle heile sind. Ich hoffe, dass die alle heile sind. Ich finde es ein bisschen schade, dass man das in dieser App nicht so nachprüfen kann. Sonst hätte ich das nämlich tatsächlich direkt von zu Hause schon gesehen morgens. Und könnte dann entsprechend direkt schon den Klempner rufen. hoffentlich bevor der Tag so richtig losgeht. Ah, jetzt kaufen wir uns erstmal die Tür. Oder? Haben wir eine Rechnung? Ist das eine Rechnung oder ist das Werbevertrag? Ja, natürlich. Neue Werbung. Neue Werbung. So, die Tür. Die nehmen wir. Die kaufen wir. Und dann kaufen wir uns vielleicht mal. Ist das die Tür von innen? Oh, na wenn da man nicht die Zeit vergeht wie im Flug, ne? Dann weiß ich aber auch nicht. Ja, wie denn nur der Schatten von unserer Börse ist. Polizei ist in der Nähe. Machen wir sofort. Danke fürs Bescheid sagen. Hast einen gut bei mir. Eigentlich schon mehrere. Aber gut, du hast auch am Anfang unsere Toilette vollgepinkelt. Das war auch nicht so nett. Da war noch nicht mal eine Toilette da. Da hast du da in der Ecke gepinkelt und bist dann eingepennt. Das ist schon traurig. Steht da immer die gleiche Zahl eigentlich? So, Polizei. Kannst du mal prüfen. Aber läuft bei uns. Wir sind hier alles komplett legal. Also alles super bei uns. Wunderbar. Hier läuft es. Läuft wirklich bei uns. Ja. Ja, ja. Ich würde sagen, der nette Mensch hier baut uns wieder die Plakantan. Die Polizei wird uns diesmal nicht erwischen können, weil wir nämlich super gut vorbereitet sind. Ausnahmsweise mal. Wie sonst. Aber beim letzten Mal hat es nicht so geklappt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und dann bauen wir die Tür ein. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.